hallo und willkommen zu diesem video mein name ist nico ja herzlich willkommen hier bei master emerge wir machen mal wieder eine design analyse werden gestern schon kleinen live stream gestartet bei instagram wo wir verschiedene nischen analysiert haben und ja hier auch noch mal recht herzlich die einladung kommt ab und an bei instagram rein wir haben immer mal wieder ein live stream ich kündige es auch gerne in facebook und instagram an wann die immer sind ja und da gucken wir immer verschiedene nischen an verschiedene designs und ich gebe einfach meinen senf dazu wir gucken uns verschiedene neue strategien an und neue bestseller und wir haben eine nische gestern angeguckt das war die angler nische und die wollen wir uns jetzt auch mal genauer noch betrachten und ich stelle in diesem video auch paar neue produkte features vor es gab ja auch ein update vom produkte und es gibt richtig richtig starke erweiterung wieder beim produkte wir haben den dpm a check zum beispiel der richtig richtig starkes und sales history price history und das möchte ich euch zeigen und der led jetzt natürlich wieder die daten wir gucken jetzt erst mal uns wieder die bestseller an und schauen was passiert denn überhaupt so der angler nische ich habe gestern auch schon gesagt wir sehen immer wieder diesen gekrümmten fisch immer wieder zack hier wieder fisch 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 ja mach doch mal was anderes mach doch mal was eigenes nicht immer nur diesen einen fisch oder dieses diese silhouette von dem angler macht doch mal was komplett anderes wenn ich an angeln denke denke ich an einen herren der in so einem angler stuhl sitzt und die angelrote in der hand hält und vielleicht irgendwie ja mit einem kollegen irgendwie an einem teich oder so sitzt aber ich sehe ich sehe nichts wenn ich an angeln denke denke ich auch an den angel hut sehe ich jetzt hier überhaupt nichts in der richtung deswegen seid doch mal kreativ und macht nicht das hunderttausendste angel design in dem in dem style hier das schon mal dazu wir wir gucken uns mal die bestseller trotzdem an und schauen was machen diese gut was machen sie vielleicht noch nicht so gut hier der spruch ist halt richtig richtig stark ich liebe es wenn meine frau mich angeln lässt das habe ich schon so oft gesehen wird wird enorm krass skaliert und was haben wir hier noch leg dich nicht mit einem angler an ja gut das ist so der klassiker im shirt business dieser spruch geboren zum angeln gezwungen zur arbeit das geht auch immer sehr sehr gut und der macht auch ziemlich stark wir den text verarbeitet mit der grafik angeln und bier das hatten wir gestern auch im live stream finde ich richtig stark gelöst und ist halt noch mal eine unter nische sozusagen bzw er kombiniert zwei nischen einmal die alkohol nische und also die bier nische und die angler nische und das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen einer ist gerade am angeln und trinkt halt während dessen bier mit einem kumpel oder so und da werden halt gezielt emotionen angesprochen und das ist wirklich das a und o im shirt business emotionen verkaufen sich immer am besten und wenn wir uns jetzt das shirt mal zum beispiel genauer angucken und dann sehen wir wie hat sich das shirt entwickelt in der letzten zeit wir scrollen jetzt hier mal runter und productor lädt jetzt die daten und ihr seht schon hier history was sehen wir jetzt hier wir sehen natürlich die price history und die bestseller rank history wir haben jetzt hier auch noch eine forecast mit dabei also eine vorhersage sozusagen und das basiert eben auf den vergangenen daten und da wird halt angezeigt wie wie wird das shirt sich aufgrund der vergangenheit ja ungefähr entwickeln aufgrund von der vergangenen performance und das ist halt richtig schön zu sehen hier hat er gestartet mit einem bestseller rank von 28.000 dann ging es hoch also er schwankt immer mal wieder und jetzt ist es immer weiter runter gegangen und wir sehen auch den preis liegt jetzt bei 1995 der preis war bei 1995 ja also er hat den preis nie angehoben er hat ihn immer bei 1995 gelassen er hat ihn aber auch nie runter oder hoch gesetzt also preis war konstant bei 1995 und bestseller rank schwankt wie gesagt und geht jetzt seit kurzem wieder extrem gut nach unten und die forecast sagt auch dass der bestseller rank hier quasi konstant dieses level dann erreichen wird also es wird noch weiter runter gehen aufgrund der vergangenen performance sozusagen du kannst dann natürlich schauen wann läuft so ein shirt in der nische extrem gut und wann nicht und so kann man natürlich verschiedene winning designs analysieren und dann kannst du natürlich dann dementsprechend schauen wann lädst du denn sowas hoch und das ist richtig cool um einfach dann trends mitzunehmen und ja dann deinen upload einfach zu optimieren was haben wir noch neu mit dabei wir haben hier ein copyright check ein trademark check das direkt verbunden mit dpma und wenn wir hier drauf klicken dann kommt hier so ein zahnrad und das dreht sich dann erst mal und dann werden hier alle keywords in dem listing ja geprüft und gecheckt ob hier irgendeine trademark verletzung vorliegt oder nicht und dann wird es direkt rot angestrichen und das machen wir jetzt das dauert natürlich ein bisschen bis hier alle keywords checkt aber es werden dann alle rot markiert die quasi ein trademark sind und ja das halt auch eine richtig richtig schöne sache spart man unmengen wieder an zeit muss man nicht extra auf dpma.de und auf irgendwelche anderen tools zurückgreifen sondern man hat es direkt hier mit dabei wenn man eh schon den research gerade macht so wir haben es jetzt durchlaufen lassen und hat direkt alle keywords hier geprüft ob hier ein trademark vorliegt oder nicht und ja wir sehen auch schon verschiedene sachen zum beispiel fischer motiv fischer hätte jetzt nicht verwenden dürfen und es wird dann immer direkt hier rot angestrichen und das ist halt eine richtig richtig starke sache weil dann kann man im endeffekt das listing im nachgang noch mal überarbeiten und die geschützten begriffe rausnehmen also er gehen wirklich hier alle keywords durch die im listing vorhanden sind und schaut halt ob da eine eintragung vorhanden ist und wenn ihr jetzt ein listing gefunden habt dass ihr gut findet zum beispiel das hier und der macht jetzt ein ähnliches design und euch gefällt die beschreibung da kann man hier auf copy product to clipboard gehen und dann in eurem listing könnt ihr das ganze einfügen dann könnt ihr das noch ein bisschen bearbeiten vielleicht noch ein zwei keywords ergänzen die trademark verletzungen natürlich rausnehmen und ja dann habt ihr ein gutes listing schon mal weil er verkauft ja auch sehr 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 gut da scheint er auf jeden fall ein paar keywords getroffen zu haben die amazon gut findet ja und ja das design an sich ist natürlich sehr sehr cool gemacht weil emotionen angesprochen werden und wie gesagt emotionen sind halt das wichtigste im shirt business überhaupt und ja er hat hier auch zum batch bestseller nummer 18 bewertungen und ja was mir jetzt nur auffällt er hat nur 1 2 3 4 5 farben um ja kann man machen um dem käufer die entscheidung quasi abzunehmen dass man nicht zehn farben hat aber ich sage immer so wenn jetzt jemand ein pinkes shirt haben will weil es einfach seine lieblingsfarbe ist dann hat kann alles leider nicht darstellen deswegen biete ich immer zehn farben an ihr könnt mir ja gerne mal eure meinung dazu in die kommentare schreiben wie ihr das mit den farben macht bietet die alle zehn an oder nur eine nur drei nur fünf bietet jetzt hier fünf an und ja bestseller rank hat er hier 30.000 das ist richtig richtig stark und den durchschnitts bestseller rank 42.908 und dann sehen wir hier auch schon die kategorie wo es gelistet ist sport und freizeit weil es ist ein angler shirt die estimated sales also was macht er jetzt ungefähr an selbst 16 stück ist es auch ordentlich und im april 19 wurde schon hochgeladen also schon über ein jahr und dann sehen wir hier auch noch mal ob es mein eigenes produkt ist nein ist es nicht leider und und sollt haben wir hier natürlich dann auch kann so wir springen wieder auf merch research und gucken uns die angler nische noch mal an so und wir haben verschiedene designs natürlich auf der ersten seite und in der facebook gruppe ja zudächtig auch herzlich einlade natürlich link findest du in der beschreibung da wurde mir die frage gestellt wie finde ich denn das passende design für die jeweilige nische du musst dir eigentlich immer die w fragen stellen wo halten sich die leute auf die gerne angeln natürlich an einem teich oder an dem see wo man eben angeln kann und was machen die noch neben neben dem angeln trinken die alkohol wie zum beispiel hier bier wann sind sie vielleicht unterwegs mit wem sind sie unterwegs haben im sohn und vater zum beispiel habe ich hier gesehen und dann nutzt du diese ganzen w fragen im endeffekt und baust dann dein design das was und das warum ist halt sehr sehr wichtig warum machen die das ganze natürlich weil es ihre leidenschaft ist und weil sie spaß an der sache haben weil sie das angeln lieben und ja echte männer angeln das halt schon mal kurz und knackig ein statement einfach dahinter und hier ist eigentlich auch ganz schön umgesetzt wir haben hier den wald so ein bisschen im hintergrund den see oder ja das gewässer sozusagen und ja den fisch noch das sind alles alle alle merkmale eigentlich dabei aber man muss wirklich gucken wie wie erreiche ich die leute am besten und man erreicht die leute am besten mit emotionen und man muss sich wirklich ganz klar überlegen wie schaffe ich es jetzt hier diese emotionen auf ein design zu packen und ja man guckt sich im endeffekt erst mal die topseller an wie machen die das und das machen wir natürlich wie immer mit dem produkt dazu hier über den sales rank filter wir schauen uns einfach an was läuft denn so vom konzept her sehr sehr gut und hier sowas ist doch schon mal ganz neues reicht mir die route in narren der könig will angeln den spruch habe ich auch schon öfter gesehen aber im endeffekt richtig richtig gut umgesetzt und spricht auf jeden fall auch emotionen an angeln und wir haben uns schon öfter gesehen ich sehe halt nach wie vor kein shirt wo einer in einem campingstuhl sitzt und angelt und vielleicht so einen camping hut auf hat das wäre doch mal auf jeden fall was ja und so könnt ihr einfach ein paar inspirationen hier holen was auch noch enorm wichtig ist ist dass ihr die farben der nische immer versteht und wir haben hier natürlich bei angeln wenn es hier natürlich so ein bisschen blau mit dabei grün haben wir dabei orange haben wir schon öfter jetzt gesehen dass sie hier die farben einfach nutzt weil die zielgruppe muss ich wie zu hause fühlen die müssen denken geil das shirt muss ich unbedingt haben und hier zum beispiel auch sehr sehr gutes beispiel einen angelshirt papa und sohn die ging gerade angeln angelroute dabei angelhut dabei sieht man zwar nicht so gut aber ihr wisst was ich meine und das ist einfach schön schön umgesetzt so dass die mit wem frage natürlich ganz klar im vordergrund mit wem gehe ich anderen mit meinem sohn und ja ist schon ganz gut umgesetzt auf jeden fall so könnt ihr verschiedene ideen gewinnen und ja guckt da einfach mal ein bisschen rum und dann findet ihr schon auf jeden fall was und probiert auch wirklich mal nischen zu kombinieren ihr seht angeln und bier klappt ja auch ganz gut was ist denn zum beispiel camping und bier schauen wir noch mal camping ist ja auch eine richtig starke nische und was ist jetzt mit camping und bier wir haben nur 136 treffer deswegen könntet ihr da jetzt natürlich auch euer design platzieren und dementsprechend verschiedene nischen miteinander kombinieren ja wenn dieses video gefallen hat drücke jetzt hier gerne auf abonnieren und aktiviert die glocke schreibt mir einen kommentar welche nische du als nächstes sehen möchtest in einem weiteren video und dann analysieren wir diese nische von a bis z und gucken genau was du dafür ein design machen kannst und wie du da ein bestseller kreieren kannst ich danke dir und ja wir sehen uns in einem weiteren video bis dann ciao ciao